Was macht aus einem Betonkoloss ein Fußballtempel? Wodurch wird ein Verein so viel mehr als nur ein Verein? Ein Erlebnis, eine Leidenschaft, eine Heimat. Durch tausend kleine, große Dinge. Und dich. Du bereitest die Bühne für das nächste große Spektakel. Du kreierst den Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Du sorgst dafür, dass Heldentaten für immer im Gedächtnis bleiben. Du fängst ein, was Worte niemals könnten. Und versetzt Menschen rund um den Globus in ehrfürchtiges Staunen. Du machst gemeinsame Momente ein Leben lang unvergesslich. Und schaffst ein Miteinander, das sich wie zu Hause anfühlt. Ihr setzt unseren Club in Gang. Euer Herzblut füllt unsere Liebe mit Leben. Ihr seid der Atem und das Hirn, die Hände und der Puls. Ihr seid das Gesicht des BVB. Gemeinsam erschaffen wir Großes. Denn wir sind Borussen. Schwarz-Gelb. Dank euch. Mit euch. Schwarz-Gelb. Ich bin Jaure-Gelb. Es geht um Namen. Ich bin Jaure-Gelb. Spaß балet. Ihr seidert Namen. Ich bin lustig! Vielen Dank.